Ihr Lieben, Spedition war gerade da. Da fährt er, der gute Mann. Und was hat er uns gebracht? Ja, was wird er uns wohl gebracht haben heute? Die Firma Kipa war da. Beziehungsweise hat uns die Plastikboxen heute gesendet. Ja, mega. Man kann es jetzt leider hier durch die... Ja, doch so ein bisschen kann man es erkennen. Die Plastikboxen gespendet. Ja, mega. Vielen, vielen, vielen Dank für die Mega-Spende. Wir werden weiter berichten, wenn wir es ausgepackt haben. Und wieder auch klar Schiff vor allem in der Garage haben, weil momentan platzt die echt aus allen Nähten. Und es sind ja noch ein paar Tage, bis wir losfahren. Also bis dahin kann noch ein bisschen was kommen. Wir sind gespannt auf das, was kommt. Und ja, einfach mega. Ein ganz großes Dankeschön an die Firma Kipa. Wir sind da, und wir sind und schnutzend. Vielen Dank.